Aus dem traditionsreichen Hause Dahlmeier in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, der unverwechselbar ist im Duft. Dahlmeier Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Ein Genusserlebnis. Dahlmeier Prodomo. Vollendet veredelter Spitzencafé. Hey, komm, mach mit, zeig, was dir schmeckt. Reiner, der Pausensnack. Milch, Schokolade, auch Karamell. Zweimal fein und schlussbar Keks. Reiner, der Pausensnack. Aus der Natur, für die Natur. Omeca-Schuhe gehen diesen Weg mehr und mehr in Herstellung und Material. Omeca ist Spirit of Nature. Mehr und mehr Natur. Omeca. Darauf freut sich Ihr Salat. Auf Livio, das Vitamin Plus. Wer ein Schlauffuchs werden will, muss sein Einmaleins früh lernen. Lass mal sehen. 313? Äh, äh. 31.3. Jetzt noch schnell Zeit und Geldvorteile sichern. Mein Sohn. Auf diese Steine können Sie bauen. Schwäbisch Halle. Im Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sind Sie sicher, dass Ihr Atem gut ankommt? Gehen Sie sicher mit Odol. Sympathische Frische, so weit der Atem reicht. Odol. Das Eis, cremig. Das Karamell, zart. Die Milchschokolade, lecker. Der Genuss, Mars-Eiscreme. Der ganze Geschmack von Mars, auch als Eiscreme. Warum verwenden immer mehr Frauen Calgon? Ja, also wenn ich ehrlich bin, früher habe ich eigentlich nie Calgon genommen. Und seit ich eigentlich weiß, dass ich umweltschonend waschen kann und dann auch noch Waschmittel spar, ist es für mich eigentlich klar. Ich habe es schon vorher benutzt. Die Stiftung Warentest hat mir recht gegeben. Calgon mit phosphatfreien Vollwaschmitteln, das ist sehr empfehlenswert. Ich benutze Calgon, weil Calgon meine Heizstäbe schonen und ich weiß, dass meine Waschmaschine einfach länger lebt. Deshalb Calgon bei jeder Wäsche. Meine Damen und Herren, hat diese Filtertüte eine gewisse Ähnlichkeit mit mir? Wie? Kopfhorm. Großer Mund. Kleines Hirn. Vorsichtig. Wie? Naturbraun. Schön wär's. Nein, wir beide sind, wie sind wir beide? Ich helfe. Freundlich. Ja, aber wie freundlich? Umweltfreundlich. Die auch. Die ist nämlich nicht gebleicht. Sie haben gewonnen. Zur Belohnung Filtertüten mit extra feinen Aromapogen. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Vor über einem Jahr wurde ein Erfolgstyp entdeckt, der seither viel Staub aufgewirbelt hat. Der Renault 19. Das automobile Gesamtkonzept und sein hervorragend abgestimmtes Sicherheitsfahrwerk haben ihn von Anfang an in eine Spitzenposition gebracht. Entdecken auch Sie den Renault 19. Deutschlands meistgekauftes Importauto 89 der Kompaktklasse. Der Renault 19. Mann, ist das ein Typ. 55. 55. 3. Wenn das wirklich nur eine Kalorie war, Herr Opa, warum schmeckt die dann so gut? Steht doch drauf, mein Herr. Ich will Schokolade, ich will Sprengel, denn für mich ist das Beste gerade gut genug. Sprengel, rot, zart und sinnlich. Sprengel, rot, zart und sinnlich. Sprengel, rot, zart und sinnlich.